Herzlich Willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part von Sims 4 an die Arbeit. Donika ist noch unterwegs, wir haben die Fahndung eingeleitet in der letzten Folge und haben unsere Verdachtsperson gesucht. Die ist erwachsen, blond, böse, trägt ein Trägershirt und hat einen Rock an. Und das passt ganz genau auf diese Dame hier, die aber merkwürdigerweise auch eine Kollegin von uns ist. Weswegen ich ein bisschen Probleme hatte, wirklich zu entscheiden, verhaften wir die jetzt oder verhaften wir sie nicht. So, dazu dieses. Was ist sonst noch im letzten Part passiert? Kira hat gekocht, ich habe die Inventare durchgesucht und habe dabei die Gitarre wiedergefunden. Fiona macht gerade Hausaufgaben, Tobias hat seine Arbeiten gemacht für den Job und ja, das war es so im Groben. Jetzt habe ich im letzten Part am Schluss noch geklickt, dass wir jetzt unsere Kollegin tatsächlich verhaften, weil irgendwie kommt die mir komisch rüber. Das wäre aber echt krass, wenn ausgerechnet ein Kollege ein Verbrecher wäre. Aber gut, nichtsdestotrotz wollen wir jetzt hier weitermachen. Ich bin gespannt. Komm, mach was, tu was. Äh, hallo, sonst haut die ab, nimm die mal fest. Wo rennt ihr denn jetzt hin? Hallo? Kannst du sie mal festnehmen hier? Verhaften tun? Äh, tralala. Jo, komm. Zu. Huah. Oh, und schon sind wir unterwegs. Okay. Habe ich zu blöd jetzt eben mit der Kamera rumgefahren. Entschuldigung. Ich hätte das gern gesehen, wie sie die Handschellen anlegt, Mensch. Na gut, aber es muss sie sein. Also, wir haben noch eine andere gehabt. Die hatte dann halt dunkle Haare. Aber die war, als wir sie kennengelernt haben, hat er nur gestanden, mag keine Kinder. Gut, die hat ja mehr als ein Merkmal. Aber das wäre, wie sie, sehr krass, wenn die einen so verwirren mit dem Dingens hier. Also, äh, da wäre ich echt stinkig. So, mal gucken. Was machen wir jetzt mit der Dame hier? So, zur Polizei und Verdachtsperson verhören. Ja, das wollen wir, genau. Weil das brauchen wir auch für die nächste Beförderung. Steht ja da. Ne? Verdachtspersonen verhören. Haben wir schon ein Verhör gehabt? Ich weiß es gar nicht. Leute, ich habe keine Ahnung. Äh, was mache ich da? Auf die draufklicken? Verhören oder so? Fingerabdruckverdächtigen. Wir könnten natürlich auch erst mal diese ganzen Sachen machen. Ja, wir machen mal mit ihr ein Polizeifoto. Das sollen wir ja sowieso auch machen. Fangen wir doch mal da an. Das ist, denke ich, gar nicht verkehrt. Dann haben wir vielleicht Sachen, die wir hier vor die Nase knallen können. Hier, guck mal. Du hast da früher vielleicht schon mal, ne? Und keine Ahnung was. Aber das wäre echt krass. In den eigenen Reihen sitzen die Verbrecher. Kann ja wohl nicht sein. So was. Ne? Wer ruft da? Ich habe keine Zeit. Nein. Ja, genau. Kassandra kümmert dich um diese Herren und Damen da. Mach mal ein schönes Foto. Ja, das ist super. Zählt das dann jetzt auch? Ja, gut. Okay. Und jetzt wollen wir bestimmten Fingerabdruck, oder? Ne? Erstmal durchsuchen. Erstmal durchsuchen wir die Dame. Okay. Ja, vielleicht hat sie ja das irgendwas, was sie geklaut hat. Ich nehme mal an, vielleicht ein Kunstwerk. Vielleicht hat sie das ja noch in sich drin. Hallo, würdest du mal nicht abbauen? Bitte, bitte. Ich will gucken, was du da in deiner Tasche hast. Aha, Spielzeug. Okay. Das gehört dann ja nicht. Okay. Und Messer. Wem gehört das? Ach, das ist aus der Küche. Okay. Und was hast du sonst noch so? Irgendein Gemälde? Irgendein, was weiß ich? Aber ein Messer. Also bitte. Wahrscheinlich hat sie damit den Rahmen abgeschnitten und, 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 ähm, Dings, ne? Ja, komm, wir nehmen auf jeden Fall noch einen Fingerabdruck von dir. Das will ich haben. Auch wenn du bestimmt hier schon registriert bist, da ja Kollege bist. Aber das muss sein. Ja, komm, tu mal deine Hand dahin. Also ehrlich. Ja, uns ist unwohl. Deswegen klappt das, glaube ich, jetzt nicht. Oder? Hat nicht geklappt, oder? Hat das jetzt geklappt? Doch, scheinbar. Okay. Was können wir dann noch mit der machen? Fall diskutieren? Na, das bestimmt nicht, oder? Nee. Okay, komm, wir nehmen sie mit und verhören sie jetzt. Sollen wir das machen? Verhören sie, komm. Ja, wir verhören dich. Usch, auf geht's zum Verhör. Mh, Abmarsch. Juhu, sie ist gegen den Tisch gerannt. Auch mal toll. Sie kommt schon so betröppelt daher. Ich glaube, wir haben die Richtige. Die macht so einen schuldbewussten Eindruck. So, setz dich mal hin. Was können wir denn jetzt machen? Böser Bulle, guter Bulle. Wir probieren erst mal ein paar Beweise zu präsentieren. Ähm, die Fallakte durchsehen ist immer gut, denke ich mal. Ähm, Fingerabdruckbeweis. Ja, haben wir. Guck mal da. Was haben wir noch? Tatort-Fotos. Aha. Mhm. Oh, sie schwitzt schon. Hallöchen, du schwitzt schon, hä? Guck mal da. Da haben wir Fotos. So sah das aus. Hm? Und du warst dort. Ja, ja. Nein, meinst du doch, gell? Ja, ja. Und nun? Schwitzt schon mehr? Okay, ähm, wir könnten mal guter Bulle sein. Ähm, ähm, was können wir denn mal machen? Äh, was? Okay, wir befragen mal nach Straftat. Und, ähm, wir können ihr eine leckere Mahlzeit versprechen. Das ist eine gute Idee. Und da da. Ah, guck mal, ich bring dir auch ein Stück Pizza, wenn du gestehst. Ah, sie freut sich auf die Pizza. Ja, ist das eine gute Sache? Gut, dann hauen wir ihr aber nochmal eine Zeugenaussage um die Ohren. Guck mal, hier. Die haben dich gesehen. Die haben gesagt, du warst das. Hm? Aber was mir auffällt, der Spaß geht hoch, glaube ich. Na? Und? Wie schaut's? Nicht so ganz? Hm? Ja, vielleicht sollten wir... Können wir da noch machen? Tatort-Fotos, Fingerabdrücke, Beweis vortäuschen? Nee. Ach, vielleicht mal böser Bulle sein? Ähm... Können wir die Handschellen baumeln lassen? Guck mal. So sieht das dann aus. Ja? Kriegst du angelegt? Hm? Macht ja so gar keinen Eindruck auf sie. Find die noch lustig. Ähm... Den Gefängnis-Horror beschreiben? Ähm... Da will ich nicht hin, da will ich nicht hin. Nee, willst du nicht, ne? Tja. Hm. Wir kommen aber... Ah, wir kommen weiter. Okay. Der böse Bulle zieht besser. Wir können mal, ähm... Einschüchtern. Komm, wir schüchtern sie jetzt mal ein. Du musst jetzt gestehen, du... Böse. Böse. Au. Und? Nee, das bringt nichts. Das ist wieder zurückgegangen, ich fass es nicht. Okay, hauen wir ihr nochmal ein paar Beweise um die Ohren. Nochmal den Fingerabdruck. Und nochmal die Tatort-Fotos zeigen. Da hast du... Siehste, was du gemacht hast. Vielleicht hilft das ja nochmal. Hä? So ein Verhör ist gar nicht so einfach. Mhm. Mhm. Ja. Hm. Okay. Können wir noch einen bösen... Beschreibt doch nochmal, äh, Geschichte über Gefängnis oder so. Ähm... Ja. Ah, da sind die Ameisen. Genau, die krabbeln da rum. Und all sowas. Bist doch Kollegin, Mensch. Vielleicht haben wir eine bessere Zelle für dich. Hm. Ah, da will ich nicht hin, da will ich nicht hin. Puh. Sieht entsetzt aus. Oh, sie sieht schon mal entsetzt aus. Das ist gut. Ähm... Dann könnten wir mal... Was kann man denn hier nochmal... Verrückten Bullen spielen. Mit Spinnen drohen. Au, ja. Ah. Das ist eine gute Idee. Mit Spinnen bedrohen. Die mag bestimmt keine Spinnen. Und? Ah. Ja. Was steht da jetzt? Stopp. Der Verdächtige scheint schuldig zu sein. Es wird Zeit, den Bösewicht hinter Gitter zu bringen. Okay. Ja. Was machen wir dann mit derjenigen? Ähm... Geständnis bekommen. Ja. Dann lass mal. Hören. Was hast du denn zu sagen? Ah ja. Mhm. Wir haben die Verdachtspersonen verhört und wir haben ein Geständnis bekommen. Juhu. So, da darfst du dich jetzt mit den Ameisen und Spinnen anfreunden. Hier geht's lang. Ah, da wird aufgemacht und da... Aha. Fall abgeschlossen. Gute Arbeit. Wieder ein Krimineller weniger auf den Straßen. Leider schläft das Verbrechen nie und es wartet bereits ein neuer Fall auf dich. Lass dir am Computer einen neuen Fall zuweisen und nichts wie raus auf die Straße. Juhu. Okay, hier drücken, da geht's auf. Okay. Yeah. Das ist doch super. So. Oh, der Arbeitstag endet schon in einer Stunde. Ach, das kommt mir sehr gelegen. Wirklich. Echt, Leute. Und Tobias ist auch bei der Arbeit. Ja, Tobias, dann tu du mal schön fleißig arbeiten. Das ist wunderbar. Ist das nicht unsere Kassandra hier? Ja, komm, mit der können wir mal kurz die Theorien zum Fall bequatschen. Ja, das ist eh unsere Sache. Und wir müssen eine Strafanzeige von einem Bürger aufnehmen. Wir haben aber nur einen geistlichen Bürger. Ach, guck mal. Hallo, Wolfgang. Ähm, ja. Kann man dich hier mal freundlich vorstellen? Weiß nicht. Na gut, komm her. Ist sonst keiner da. Weg ist es nicht. Okay, dann quatsch doch mal ein bisschen wieder mit dem hier. Theorien zum Fall diskutieren. Äh, haben wir Kassandra? Wieso steht sie jetzt hier, als wollte sie eine Straftat melden? Hä? Ah, Yuki-Bär ist auch da. Toll. Sehr schön. Und, was müssen wir noch machen? Strafanzeige aufnehmen. Du bist doch kein Strafanzeigdingenskirchensbums. Okay, eine Stunde trainieren. Na, ich weiß nicht. Sollen wir jetzt trainieren? Wie viel Zeit haben wir denn überhaupt noch? Äh, 22 Minuten. Ihr geht's einfach bescheiden. Äh, was können wir denn sonst noch machen? Hunger hätte so... Ah, da kommt jemand. Vielleicht kommt die rein, dann können wir bei der was aufnehmen. Ah, bist du ein Bürger? Komm, dann können wir bei dir... Äh, ja. Vielleicht schaffen wir das noch schnell. Komm, nimm mal schnell die Strafanzeige von dieser Dame hier auf. Die Kassandra versperrt jetzt zwar den Weg, aber das macht ja nichts. Wen haben wir da überhaupt? Annika Schwarz, Seniorin, okay. Okay. Aber wir haben unsere eigene Kollegin verhaftet. Und ich finde es echt hammermäßig. Die eigenen Kollegen. So was auch. Mhm. Und die Schicht ist beendet. Und wir haben einen Urlaubstag und 342 Simulions verdient. Yeah. Wir haben zwar die Leiste heute nicht ganz voll gekriegt, aber Gott, wen juckt das? Ne? Ich meine... Ja, war anstrengend genug, eine Kollegin zu verhören. Also ehrlich, da wäre ich im Leben nie drauf gekommen. Ganz ernsthaft. So, jetzt sehe ich gerade, wir haben noch ein paar Minütchen. Das ist gut. Der letzte Part wurde ja wieder so extrem lang. Ach, man verliert sich hier wirklich im Spiel, muss ich sagen. Es macht aber auch einfach so viel Spaß. Ja, so. Mal kurz die Pause genutzt, um auch mal einen Schluck Kaffee zu schlürfen. Mhm. So. Und dann kümmern wir uns. Sie hat ja jetzt hoffentlich... Ja, sie hat zwei Tage frei. Da können wir uns bestens um ihre ganzen Bedürfnisse und alles kümmern. Das ist perfekt. So. Äh, was? Ich schwöre, ich ging letztens durch die Stadt und alle waren mies drauf. Jemand hat mich sogar angegriffen. Sagen Sie Ihren Vorgesetzten, dass wir mehr Polizeischutz brauchen, um den Frieden zu wahren. Ah, okay. Das ist interessant. Ich habe eine Vermutung, woran das liegt, dass alle schlecht drauf waren. Aber dazu sage ich noch nichts. Das kommt später. So, ähm, sie ist angespannt und würde am liebsten ein Bad nehmen. Ja, das sehe ich auch so. Mach das doch mal. Du bist zwar hygienemäßig gar nicht so mies drauf, aber... Ja, das ist eine gute Idee. Kannst du erst mal auf Toilette gehen, dann kannst du schön baden. Ähm, ja. Tust du ein angespanntes Bad nehmen und dann kannst du hier vielleicht mal noch ein bisschen Spiel spielen. Wie wäre es denn, ha? So ein bisschen Blicklock. Denke ich, ist eine gute Sache. So, was macht denn unsere liebe Fiona? Hat die ihre Hausaufgaben gemacht? Ich hatte es ihr ja gesagt. Gerade erst begonnen. Ja, das ist typisch. Wenn man hier nicht aufpasst, machen die gar nicht das, was sie sollen. Fiona, es tut mir leid. Du machst jetzt als erstes deine Hausaufgaben fertig. Weil sonst komme ich nicht zu nix hier. So, und Kira. Was macht Kira? Sie will was? Och, du Nika umarmen. Ja, die habe ich aber gerade auf Toilette geschickt. Also, das wird nix. Dann geh lieber hier hin. So. Ähm... Mh, mh, mh. So. Äh, was möchtest du sonst machen? Ein Instrument kaufen. Ne, wir haben doch die Gitarre wieder gefunden. Ist in Ordnung. Was willst du dann? Inspiriert werden. Ja, das wäre ja eigentlich genau richtig. Ähm... Inspiriert, inspiriert, inspiriert. Tja, da könntest du... Wo habt ihr denn euren Computer stehen? Da, hier mal gucken. Äh, weil duschen muss sie ja jetzt gerade nicht. Dann geh doch mal bitte Kunst durchsuchen. Das macht inspiriert. Äh, du... Fiona, du kannst ganz normal deine Hausaufgaben machen. Du musst dabei nicht mit deiner Mama babbeln. Und sie ist auch angespannt. Alle sind so angespannt. Warum bloß? Du darfst gleich wieder. Und sie wollte programmieren üben. Naja. Na, schauen. So, ich muss gucken, wann die liebe Kira inspiriert ist. Wir müssen ja noch ein paar schöne Gemälde malen. Ne? Wir wollen noch ein bisschen Geld verdienen hier. Ja. Sehr gut. Okay. Und dann geht's wieder ab an die... Oh, weia. Ich hab eine Idee. Ja, kannst du mal nach Vorlage malen? Das möchte ich mal. Ja, ja. Mach mal. Die steht da gerade so praktisch. Vielleicht bleibt sie ja stehen. Dann können wir mal die Fiona malen. Nein, bleib stehen, bleib stehen. Nicht abhauen, nicht abhauen, nicht abhauen. Äh. Ja, das hab ich mir gedacht. Äh. Wartet mal. Wie geht das jetzt hier? Äh. Wo sind wir? Ach, hier. Äh. Kann ich nicht schwenken? Nach links drehen. Äh. Wie blöd ist das denn jetzt gemacht? Äh. 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 Nee, das bringt mir nix. Äh. Das ist der, der. Geh weg. Ähm. Das war blöd. Ich hab gedacht, ich hatte gehofft, dass wenn Fiona da stehen geblieben wäre, hätten wir durch die Wand durchgekonnt. Aber das geht doch nicht. Mist. Okay. Und hier gibt's gerade nix so interessantes, was ich malen möchte. Außerdem ist das mit der Handhabung ein bisschen blöd. Gut. Dann mal doch mal ein abstraktes Gemälde. Ja, warum nicht? Kommt groß und abstrakt. Das ist in Ordnung. Wo rennt denn jetzt die Fiona hin? Nach oben. Zu ihrer Schwester. Hm. Ja. Gehst du jetzt deiner Schwester auf den Keks? Die da sitzt und spielt. Ach ja. Hm. Ah. Ist sie immer noch angespannt? Sie hat doch gebadet. Hat das Baden nix genutzt. Jetzt will sie duschen. Oh Gott. Was willst du mit Kira plaudern? Komm, plauder mit deiner Schwester. Die sitzt da schon. Einen Tag Urlaub nehmen? Hm. Noch nicht. Nee. Und einen Witz erzählen. Das ist eine gute Sache. Ja, erzähl mal einen Witz hier. Ich kann sie aber erzählen, dass du eine Kollegin verhaften musst. Ärgerlich machen. Tag fragen. Ja, ja. Und? Hilft das ein bisschen? Mein Mäuschen. Hunger hält das langsam auch. Ja. Geht der Spaß mal hoch? Komm, mach hinne. Ach, so langsam wird's. Okay. Hat sie eigentlich noch irgendwelche Elemente? Äh, nee. Hat sie nicht. Was haben wir denn da noch? Äh, Tatortfotos. Ja, komm, die können wir mal wegtun. Ja, die brauchen wir nicht mehr. Wir kriegen ja einen neuen Tatort, sonst komme ich hier durcheinander. Gut. Ja, hast du's bald mal mit deinen Hausaufgaben, Mädel? Hm. 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 Was will sie? Bei jemandem Luft machen. Na ja, gut. Dann macht ihr dein Ärger bei jemandem Luft. Ähm. Ähm. Oder geht das gerade nicht? Äh. Ja, frag auch mal nach Tag. Komm. Man kann sich über die Probleme beschweren, die man so hat als Teenie. Ja, ja. Apropos, wie lang bist du denn jetzt eigentlich noch, Teenie? Ah, noch zehn Tage. Okay, gut. Sehr schön. Das ist in Ordnung. So, dann wolltest du programmieren üben, beziehungsweise, ja, bei jemandem Luft machen. Äh, ich fisch das doof ran. Und auf Toilette musst du auch. Okay. Herr Mädel, dann geh doch mal hier bitte auf Toilette. Und dann kannst du hier mal anfangen, eine Pflanzenprobe zu analysieren. Ja. Ja. Ach, Level zwei ist das. Ich dachte, die hätte der. Gut, okay. Wir müssen mal gucken, was du noch brauchst, meine Maus. Komm mal her. Ähm. Fitness. Ah, Fitness. Comedy und Gartenarbeit war das. Ach so. Okay. Ähm. Gut. Dir geht es soweit ganz gut. Dann hör mal da damit auf. Irgendwie hilft das gegen die Anspannung sowieso nichts. Da hilft bestimmt ein leckeres Essen von der Mama. Öffnen. Gucken wir mal, was gibt es denn Gutes. Hm, rühre eine. Wie wäre es denn mal mit Spaghetti? Spaghetti helfen meistens gegen alles. Habe ich mal gehört. Dann ess du mal Spaghetti. Und anschließend kannst du dich ein bisschen fit halten. Wo haben wir denn das Fitnessgerät hingestellt? Ach da. Ja. Dann kannst du hier ein bisschen Training machen. Ja. Genau. So sieht das aus. Und du? Ja, sehr schön. Und die liebe Kira. Was macht denn Kira? Die möchte freundlich zu Donika sein. Ja, das kannst du machen. Dann hol dir doch auch was zu futtern. Öffne doch da mal. Und hol du dir mal die Tortillas. Setz dich dazu. Und unterhalte dich mit deiner Tochter. Kannst du mal übers Kochen reden. Und über die neuesten Spiele. Und all so Sachen. Ne? Und wir gucken mal, was jetzt Fiona in dem Mikroskop veranstaltet. Müssen wir irgendwas auswählen, was du da analysieren sollst? Lukas Mundschalt stoppt. Für die Fiona. Ich hab gehört, dass im Club gerade eine tolle Party steigt. Sollen wir hingehen? Äh. Sie ist schon wieder müde werden. Es ist Sonntagabend. Mensch, morgen ist Schule. Aber wir wollten ja ein bisschen mehr mit denen machen, ne? Jetzt sitzt er aber gerade am Mikro... Naja, das Mikroskop läuft nicht weg. Jo, komm, machen wir. Äh. Schüttel. Aber meine Zeit ist um. Ah, ich komm immer zum falschen Moment auf solche Ideen. Ach nee, ehrlich, Leute. Was hab ich mir jetzt da wieder bei gedacht? Das ist das Schlimme. Am liebsten müsste man stundenlang hier hintereinander aufnehmen. Das einfach am Schluss nur noch zusammenschnippeln in 20 Minuten Dinger. Und euch dann vorsetzen. Weil das ist immer so blöd da dran zu denken. Ja, die Zeit ist ja schon um. Was soll ich jetzt hier noch, ne? Aber egal. So, was will sie ins Bett? Und vor allem verstecken. Wieso bist du beschämt? Privatsphäre gestört? Bei wem denn? Wo denn? Wann denn? Da weiß ich nix von. Och Mädel, jetzt ernsthaft. Gut, machen wir mal wenigstens noch so ein paar, paar Minuten. Das weiß der doch nicht, dass du da irgendwie, oder? Ich weiß nicht. Sag mal hallo, frag mal nach anderen Leuten, ne, die mal kennen, genau. Und frag mal so nach seinem Tag, wenn das da mal irgendwo ist. Fotos teilen, kennenlernen, nach Tag fragen. Und, ähm, können wir noch machen. Ähm, bewunderung ausdrücken. Ja, ist eigentlich immer gut. Komm, dann mach ich jetzt hier. Da wird der Part zwar wieder ein paar Minütchen länger. Ja gut. Oder ich stopp das dann. Komm, mach halt auch. Geh zu ihm. Irgendwie finde ich ja schon, die wären ein goldiges Pärchen. Vielleicht war er letztes Mal einfach nur mies drauf. Hey, nicht abhauen, nicht abhauen, nicht abhauen. Du da, bleib da. Ja, vielleicht könnte man sich mal über die Eltern beschweren. Das ist immer eine gute Sache. Und über Interessen reden. Und was? Ich bin froh, dass wir uns mal wieder gesehen haben. Bis zum nächsten Mal. Ja, er will abhauen, ne? Genau, die laden einen immer gerne ein und dann verschwinden sie. Das ist nicht gut. Das kannst du vergessen, Junge. Du bleibst jetzt hier. Ich nagel dich fest. Ha, ha, ha. Wir können ja nochmal fragen, ob er Single ist. Wenn du abhauen willst, hauen wir mit dir ab. Glaubst du aber. Ja, er ist Single. Ja. Und dann können wir ja vielleicht nochmal kurz ein bisschen flirten. Ah, ja. Okay. Ah, diesmal geht er drauf ein. Okay. Was können wir denn sonst noch machen? Ah, ähm. Bisschen rumplödeln vielleicht mal. Komm, blödelt mal noch ein bisschen rum. Hallo du. Hey. Ja, und über Logik-Rätsel könnt ihr reden. Und, ähm, vielleicht ein Kompliment übers Aussehen machen. Kommt eigentlich immer gut. Können wir noch mal Anmarschspruch. Näh, na na na. Aber vielleicht nochmal flirten. Und dann würde ich sagen, hauen wir auch schon wieder ab. Dann waren wir halt mal nicht in der Disco. Aber wir haben kurz mal mit ihm wieder ein bisschen was gemacht. Es schadet ja nichts. Und, ähm. Siehst du? Und er haut auch ab. Kannst du auf Wiedersehen sagen? Irgendwie, äh. Äh. Nö. Ach ja, weil dieses Ding da ist, ne. Ja, Gott. Egal. Wir hören hier auf. Wir gehen nach Hause. Wir brechen das ab. Ja, ja. Und tschüss. Und baba. So, dann kriege ich das nämlich nochmal hin. Dann habe ich zwar trotzdem überzogen, aber war da nicht ganz so krass. Weil ich muss ja auch speichern. Ach Gott, ich merke es mal wieder. Ich bin irgendwie gedanklich immer noch mit Sims 2 verstrickt. Klar, ich liebe ja auch Sims 2. Ich spiele das ja auch. Logisch, dass man da durcheinander kommt. Nee, die nehmen wir nicht. Mir tut mir leid. Du bleibst da. Aber nicht für die Einladung. Ja, ich denke immer, ich muss aufs Heimatgrundstück, um speichern zu können. Das ist bei Sims 4 ja natürlich nicht unbedingt der Fall. Aber es ist so drin in mir durch Sims 2, dass ich das jedes Mal wieder verpenne, dass ich ja eigentlich auch da hätte aufhören und speichern können. Egal. Jetzt sind wir wieder daheim. Und ja, können sie dann auch ins Bett legen, damit sie wieder in die Schule kann am nächsten Tag. Und ja. Und Donika hat dann frei. Und dann können wir uns mal wieder richtig schön hier um ein paar Sachen kümmern. Ich bin immer noch baff, dass das wirklich die Kollegin war. Die Verhörmethoden, da kann man sich einiges Lustiges zusammenfummeln. Also, das hat schon was. Oh, jo, jo. Wir sind oh, oh, oh. So, dann gehst du gleich ins Bett. Hopp, schlafen. Und dann mache ich hier auch Schluss. Bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.